So Leute, das ist die Rennvorschau für das Italien-Liga-Rennen. Das Rennen kommt morgen um 14 Uhr, da wird es fertig sein. Hier an der Stelle nochmal eine kleine Erinnerung an den Livestream zum F1 2016 Release, Donnerstag, Mitternacht oder Spätabend, wie ihr sehen wollt, in die Nacht zum Freitag hinein. Wir werden auf YouTube und auf Twitch streamen, gleichzeitig mit Dennis und Woa Trex. Dann kommt morgen, denken wir mal, der offizielle Release vom F1 Bros League Mod durch ein Video von Philippe. Und ich bin derzeit am überlegen, mir ein Logitech G29 zu holen, weil ja bei meinem Driving Force GT die Pedale kaputt sind, wie ihr heute Morgen gesehen habt. Alles Wichtige zum Italien-Liga-Rennen wird im Liga-Rennen-Video erwähnt, in den Boxenreporter vorberichten. Und dann war es das auch für das Video. Tschüttel-Dü!